Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Mann, du siehst echt albern aus in dem Outfit. Gut, dass du hier oben bist. Du siehst so gar nicht aus wie ein Russe. Bravo 6, hier Vulture 1-6. Verfolgen einen feindlichen Konvoi, der auf euch zukommt. Ich zähle sechs Fahrzeuge. Over. Verstanden. Niemand schießt, bevor ich den Befehl anzugebe. So, ich habe das Ziel im dritten Wagen im Visier. Ich laufe gerade daran vorbei. Verstanden. Alle Teams bereit. Das Ziel ist im Jeep vor dem BMP. Wir müssen ihn lieben kriegen. Also Vorsicht beim Feuern. Verstanden. 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 Ihr nehmt den Turm mit! Festhalten! Scheiße! Das Ziel versucht zu entkommen! So, nehmen Sie sich Kriegs und verfolgen Sie den Kerl! Wir kümmern uns um die Feindlichverschärkung! Bravo Team, hier Walter 1-6! Verfolge das Ziel! Verdammt, der Typ ist scheißschnell! Okay, er verlässt den Frontland in Richtung Nordwesten! Schnappt ihn euch! Los! Los! Okay, das Ziel bewegt sich! Nach Norden, zu den Außenbezirken der Stadt! Der Typ ist scheißschnell! Er darf nicht entkommen! Vorsicht, in diesem Gebiet wimmelt es vorfeindlichen Verbänden! Over! Vorsicht, Feuer! Wir brauchen den Kerl lebend! Das Ziel bewegt sich wieder! Über die Seitenschlossel links könnt ihr ihn vielleicht abfangen! Oh! 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 Aktivität auf den Dächern. Verstanden. Feind bei der Mülltonne. Verstanden. Feinde nähern sich. Verbündete auf der linken Seite. Zwei Ziele. Achtet auf das grüne Auto hinter der Ecke. Ja, alles klar. Feinde nähern sich über den Parkplatz im Schufstück zum Gebäude. Walsche 1,6. Wir stehen unter Beschuss durch eine befestigte Position im vierten Stock. Verstanden. Das erste Schufstück sicher bereit halten. Okay, alles hier ausgeschaltet. Kann weitergehen. Bravo Team, besteht Sichtkontakt zum Ziel-Lower? Bestätigt. Ziel beim Betreten eines fünfstöckigen Gebäudes gesichtet. Ziel bewegt sich im nordöstlichen Teil des Gebäudes. Erster Stock. Ziel links von dir. Eine Etage höher. Verpasst ein Treppenhaus in der nördlichen Ecke. Ziel zieht sich tief ins Gebäude zurück. Moment, ich hab diese Typen. Okay, alle Ziele ausgeschaltet. Es kann weitergehen. Bewegung auf dem Dach. Bereit halten. Ja, ID positiv. Das Ziel ist auf dem Dach. Er gehört dir. Runter mit der Scheißwaffe. Runter! Ich kann ihn ins Bein schießen, Sir. Nein, nicht schießen. Das Risiko ist zu hoch. So, nehmen Sie die Waffe und halten Sie ihn auf. Runter damit! Nein! Der Kleine hat ein paar Probleme. Baseplate. Hier Bravo 6. Sakajews Sohn ist tot. Wir kommen nach Hause. Ach, scheiße. Sein Sohn war unsere einzige Spur, Sir. Vergiss es. Ich kenne den Mann. Er wird es nicht unbeantwortet lassen. Verschwinden wir.